Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits und zwar Tom & Jerry in Feast of Fury und ich weiß nicht wieso das Intro sich nochmal abspielt da kommen wir jetzt glaube ich schnell drücken hier genau jetzt start genau auf jeden Fall Options Wound Länge 0 weil es unendlich ist bis man stirbt halt und so spielen wir halt Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt unserer Tom & Jerry in Feast of Fury das ist ein beat'em up game und zwar ist das Spiel bisschen kindergericht gehalten würde ich mal so sagen aber das ist ein ziemlich geiles beat'em up muss ich einfach so sagen so man kann hier nämlich mit den ganzen Sachen hier was anfangen warte mal wie kann man damit was anfangen das weiß ich nicht mehr na wie nimmt man das genau und jetzt kann man das auf den werfen und so weiter du kannst es auf die Leute werfen das ist so ziemlich geil konntest du auch die Items benutzen das war auch ziemlich geil muss man einfach so sagen es gab auch hier irgendwas so Fähigkeiten gab es noch aber es gab es noch hier es gab viele Sachen man konnte auch normal schlagen eben wieso schlagen ach leck mich du Hoden das habe ich immer als gerne Kindspiele gespielt ich glaube wenn man diese Fähigkeit hat äh konnte man natürlich äh diese Fähigkeit die er hat äh die macht ihn stärker wie springe ich dann auch genau so das nämlich mal das da 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 bringt den um genau so komm mal her komm mal her komm halt mal her weiter alter was macht denn der Pisser so bam du Hoden ach Gott komm her Alter wieso haut du ab man so erste Runde wär erstmal gewonnen ihr müsst natürlich mit jedem spielen also nicht nur mit Tom so es gibt zwei Runden das ist das ist viel das ist wirklich viel muss ich sagen so Tomate auf dich du Lappen und nochmal diesen Stuhl hier auf dich bam 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 alter ich glaube es wird macht mehr Schaden wenn man ihn durch diesen Stuhl haut genau komm mal runter so bam genau so haut so was hat er denn äh was hat er bekommen weiß sieht man hier nicht das ist glaube ich unsichtbarkeit oder so ist unsichtbarkeit weil der wird jetzt nicht getroffen so hier hast du das hier bam bam dann kriegst du auch noch hier in die Fresse du Spagat es gibt ja auch noch andere Sachen die man hier machen kann das ist auf jeden Fall richtig geiles Spiel kann man einfach empfehlen ist auf der N64 perfekt Bruder stabil so das war erstmal mit dieser ersten Runde es geht weiter natürlich es geht immer noch weiter jetzt kann man auch gegen andere Gegner kämpfen jetzt kämpft man gegen diese Dac diese Dagobert Dac Dac oder was weiß ich was das ist das ist ne blöde Kuh das ist echt ein das ist ein Ente man was laber ich da für ein Scheiße so hier ist mal eine schöne Kaktus auf deine Fresse so bam alter du Hoden so bam bam so komm her komm her so wenn ihr genau da drüber schlägt genau wie ich es jetzt gerade gemacht habe dann bekommt man glaube ich am meisten Schaden da gibt es noch solche Arzneimittel und die bringen dir Leben so das ist scheiße das ist Gift das zieht dir immer mehr Leben ab wenn du das hast dann verlierst dein Leben das kannst du aber auch übertragen das ist ja das geile wenn du jemanden anderen schlägst so das Spiel ist einfach nur genial ich finde es einfach nur super toll weil du ist spaßig das macht schon Spaß man kann auch gegen Leute kämpfen also man kann es auch glaube ich zu zweit spielen das weiß ich auch auf jeden Fall richtig geil richtig empfehlenswert und ich habe es auch für als Kind immer gespielt weil es ein ziemlich geiles Spiel war ach leck mich alter jetzt hat er Schuss Scheiße jetzt hat er Schuss ich kann nichts machen da der Schuss so wenn er Schuss weg hat ja komm der springt kannst du dir so dumm kopf oder komm mach bam die Fresse bekommst du bam noch mal in die Fresse 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 so Eier hat man dreimal also das geile und jetzt noch piste ich wir sind es nicht so einfach ich verstehe es selber nicht aber ist auch egal muss man so sagen wird glaube ich auch später schwieriger so hier lecken wir den Hoden ich weiß selber nicht wieso die ganze Zeit nur hüpfen das ist kacke gemacht muss ich sagen dann geh mal weg ey so wir haben gewonnen und round eins genau wieder gegen diese Jerry wieder wieder in diese selben movement geil wir besiegen den locker ey bam bam du Hoden so dann haben wir ihn schön besiegt sowieso leckt es ich weiß es nicht es kann mal passieren dass es manchmal leckt ich hoffe es widerlegt sich und super dann holen wir das Ding och ne muss er jetzt genau Schutz haben deine Oma lass mich doch in Ruhe ok der ist schon ein bisschen schwieriger als der als die Ente komm mal her alter komm mal her Bruder so bam in die Fresse gehauen ey so Jerry wurde ein Yookford sag ich dazu nur so bam in die Fresse man so geil das war super so das kriegst du nicht hin ok so dann nimm das mal oh geil ich hab jetzt Angriffs Plus glaube ich das ist ja das ist super Angriffs Plus so bam bam richtig geil äh wenn du dieses rote Ding hast und dieses diesen diese wie heißt das ach Gott dieses Brett da dann kannst du in Oneit landen so jetzt ging ein kleinen Hund in seiner Arena so bam oh der kann auch fangen stimmt das ging ja auch und das ist ziemlich geil das zieht sehr viel ab und das zieht auch sehr viel ab das ist super cool und da gibt es auf jeden Fall so ein ja das ist super so das sieht dann natürlich auch was ab diese Bienen gehen auf seinen Kopf das ist auch ziemlich geil Detail toll muss man so sagen das ist auch für die N64 nicht mal so eine schlechte Grafik finde ich und bam super so die erste Runde haben wir natürlich wieder gewonnen als Tom so mach bam so jetzt holen wir die Zeitung ey schlag dir mal tot wie redest du mit dem Boss ey so so super komm mal her ach genau alter du Hoden so komm bam bam ach scheiße fick dich okay scheiße wie fängt man überhaupt ich weiß es nicht ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr so bam so verpiss dich oh schutz so dann können wir ihn schlagen so wie oft wir wollen bam alter so dann hast du ihn in die Fresse bekommen ey so jetzt kämpft wir glaube ich noch gegen jemanden ja genau gegen den großen Hund der seinen kleinen Bruder natürlich schützen will komm mal her Bruder komm noch mal her oh geil super bam dann komm noch mal her so ich geb oh Gott auch pass mal auf ey du wichser so bam in die Fresse ey doch das ist ein ziemlich gutes Peter Mach muss ich sagen wie gesagt hab ich ja schon oft gesagt und jetzt oh Gott bam super perfekt so das war die erste Runde jetzt gibt es noch eine Runde so bam ach scheiße jetzt kann er ja auch auffangen wusste ich gar nicht so bam bam ach Gott leck mich alter fick dich so der der hat andere Schlagen drauf das ist echt charakterabhängig so das kommt immer drauf an leck mich alter du Huhn willst du auf die Fresse okay ich glaub das wird auch kein langes Projekt weil es ungefähr neun äh neun Charaktere gibt und es wird auch nicht wirklich lang 15 Minuten pro Parts denk ich mal 15 Minuten pro Parts und und ich weiß nicht ob wir jetzt schon beim Boss sind the most before Christmas genau wir sind gleich vor dem Boss es gibt auch hier Bosse das ist zwar auch cool ihr werdet auf jeden Fall nicht gespoilert mit Boss es ist ja klar dass es Boss hat oder denke ich mal jetzt schon und komm hier ins Feuermann okay scheiße wir hätten es fast ins Feuer geschmissen auf jeden Fall der Boss ist ziemlich cool das will ich euch auf jeden Fall mal sagen und bam alter und bam in die Hoden komm alter du kriegst das mal in die Fresse ey pass auf wie du redest ey so pass mal auf ey so ich will auf jeden Fall jetzt Feuer schubsen so hier bleibt mal hier so ach nein man fickt mir am Hoden ach Gott der hat's hinbekommen alter scheiße ich verlege den Wichser so dann nimm das mal mit ach du Hoden komm her ach scheiße das ist gut ach Gott doch du Hoden ey scheiße der besiegt mich ey okay das ist schon ein bisschen härter gemacht muss man sagen oder ich bin einfach nur scheiße schlecht geworden weiß noch nicht wie man äh wie man auffängt ah man fängt genauso mit dieser selben Tasse wo man es nimmt auf und dann mach mal okay wo sind die Items hier ist ein Item komm her bam hör ich hab schon gewonnen okay zweite Runde Bruder ist noch einer in die Fresse okay ach Gott man wir wissen ja wie man fängt dann komm her super super ach scheiße das war ich dachte ich hab ihn schon gekickt jetzt leck mich am Hoden okay oh geil nimm das nur ach das ist unsichtbar unsichtbar sieht man glaube ich in dieser Raum hier nicht muss ich sagen aber das Spiel ist immer noch cool ich finde es echt super also weil ich diese Arbeit hier gemacht hat ist ein ziemlich gutes Disney Spiel also ist von Disney glaube ich oder ist Tom & Jerry von Disney weiß ich jetzt gar nicht es lief immer früher auf äh Kika oder? oder? ne super RT keine Ahnung mehr weiß es nicht mehr okay belast es lass es lass mich in Ruhe lass mich lieber in Ruhe mit deinem Schutzschild ne dich will ich nicht ärgern ich wollte dich nicht ärgern oder doch genau ich wollte dich ärgern super in die Fresse ey du störst mich denn du riechst nach Anus so da gibt es wieder gegen die Maus ey wieder gegen Jerry wie immer weil es auch sein Feind ist natürlich und nochmal in die Fresse das war gut so ach geil super ok jetzt lagts bisschen sorry dafür ich hoffe es juckt euch nicht so sehr es sollte eigentlich nicht so viel jucken ey ich meine es ist ja nur für ein paar Sekunden so dann geh mal ins Feuer alter du störst mich ok BAM boah durch die Fresse geboxt alter das ist ziemlich geil so nochmal au wem ist nochmal gegen Jerry oi stimmt hab ich vollkommen vergessen jetzt bin ich wieder unsichtbar das ist ziemlich geil der trifft mich meistens damit nicht so sieht man glaube ich hier nicht ne ich weiß es sieht man nicht es ist auch nicht wirklich gut gemacht diese Unsichtbarkeit ich weiß selber nicht warum das hier nicht sichtbar ist es war in meinem letzten PC immer sichtbar auch auf dem Laptop war sichtbar aber dann ist es hier nicht so sichtbar ich denke mal das ist auch schwieriger zu evaluieren muss ich sagen und laboratory laboratory retriever das ist gar super level so verpiss dich mal das ist nicht mal so kurz wie ich dachte leck mich alter was ist da los jetzt man leck mich so sehr ich hab keine Ahnung was ist da los man leck doch nicht ich glaube es geht wieder ne wartet mal Freunde da muss man einfach cutten bis gleich es müsste jetzt gehen hoffe ich mal ja super jetzt geht es mal ein bisschen ich weiß selber nicht was das ist halt das Problem man das ist halt schon wieder seine Tage was ist denn los man was ist denn los mit dir ey ich verstehe es nicht wieso das leckt hallo FAPS geht doch man gehst du jetzt mal alter bist du behindert scheiße FAPS alter mein Gott ich verstehe es nicht Gott es leckt ich weiß selber nicht warum tut mir auch leid aber ich kann dafür ja nichts soll ne Mist ey bam ich muss mir echt glaube ich mehr ja ich brauche mehr Speicher glaube ich bam alter du Hoden leck mich mal soll ne Mist so jetzt habe ich endlich ein Schutzschild so geh mal weg ey so leck mich man ich hoffe ihr überlebt damit also das sind immer nur manchmal 30 FPS ich weiß nicht warum echt fette Story dafür und oh jetzt spielen wir gegen den Kater schon also gegen uns wirklich das ist das sind wir in unserer guten Form so dann geh mal weg ey Leute kannst du doch fangen so piss dich mal ach Gott der ist gut verdammt gut so dann geb ich dir das mal in die Fresse alter der ist verdammt gut man ich verstehe mich selber nicht wieso aber ist einfach so so bam 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 alter so den kann man eigentlich meistens nur mit diesem mit dem Ding äh schlagen also mit dem mit solchen Items also einfach so schlagen nicht werfen so bam alter leck mich du Hoden ey ich fick dich ey fick dich auseinander ey so leck doch nicht man so gib erstmal in die Fresse ey ja komm bleib nur bleib so oh gut ja das leckt sau sehr man was soll denn der Mist ja toll natürlich verliere ich wenn es leckt was soll denn der Mist mein mein Gott so du Hurensohn alter du hast nur Glück gehabt dass es geleckt hat du Fettsack alter du hast nur Glück man jetzt leck mich oh Gott wieso ist das so schau wieder was soll denn der Mist seht ihr ja das ist Mist ne so kann ich nicht aufnehmen bis gleich ich hab mal kurz nachgeforscht und es müsste eigentlich super gehen ich versteh selber nicht warum das jetzt nicht so geht wie ich es gehofft habe man Fettsack deine Tage man was soll denn der Mist was bist du für ein scheiß PC man leck mich du Drecks Game so deine Mutter ist fett du Hurensohn alter ne so gehts nicht weiter so wollen wir jetzt nicht weitergehen so hab ich keinen Bock aufzunehmen mein Gott so jetzt hab ich das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt müsste es eigentlich gehen und ich hab auch Fetts neu gestartet also hoffe ich mal dass es jetzt geht ne Fetts hat wirklich seine Tage ich weiß nicht warum ich verstehe es auch nicht was will ich dagegen machen was soll denn der Mist mein Gott bist du kacke du Scheiß Fraps ja zum ersten Mal gewonnen kannst du gleich nochmal cutten schau wieder so ein Scheiß Dreck so ich bin zurück und jetzt hab ich auch ein bisschen Speicher geholt ich hoffe mal es klappt jetzt wenigstens dass es wenigstens ohne viel Leck ohne viel Leck hoffe ich jetzt mal wenigstens das wär so geil leck mir um Hoden so bam alter du Hoden das mal kriegst du erstmal in die Fresse ey hast verdient du Pisser so es leckt wieder ein bisschen ich verstehe es nicht versteht ihr den Scheiß naja ich hoffe mal es widerlegt sich immer das ist ja wenigstens zu schlimm so dann komm mal weg dann schieß mal dich ab ey so bam alter komm her komm her komm her komm her ach scheiße man was soll denn Mist kacke fick dich ich verliere ich verliere wirklich das möchte ich oh das ist geil das ist ein geiles Item es pikst dich in den Arsch so bam dann müsst ihr Leute mit diesen kurzen Legs leben ich kann da nichts gegen machen ok das ist der Boss das ist der Boss der ist richtig groß der ist richtig groß dieser Boss das ist der extrem große Boss der ist auch viel stärker und ok der wird auch immer kleiner das ist natürlich Jerry natürlich der Boss und das ist klar das ist das ist eine coole Bossfighter auf jeden Fall das war ziemlich cool gemacht na komm mal in die Fresse ey komm mal her komm mal her Bruder so bam so jetzt leckt es jetzt leckt man was soll denn der Mist fick dich ok fick mich am Boden so ich kann nix dagegen machen gegen diesen Leg kann man nix machen was soll denn der Mist so das ist kacke ich weiß ich weiß was will ich machen man das ist kacke dass es meistens lag aber ich kann nix machen was soll denn der Mist man was soll denn der Mist ich geb dir deine Mutter gleich alter was soll denn der Mist man so toll toll ich kann es jedem empfehlen dieses Spiel wenn es lag warum ich kann dagegen nix machen man was soll denn der Mist soll ich nochmal neu starten ich start nochmal neu also so hab ich keinen Bock zu spielen bis gleich so jetzt hab ich neu gestartet jetzt müsste es eigentlich gehen ne toll tolles Spiel sag ich nur toll super Spiel leckt überhaupt nicht jetzt legt sogar noch mehr alter mein gott ich verstehe den scheißen fraps bist du behindert gott fraps ist so kacke manchmal ich verstehe es selber nicht ich kann dafür nix machen ich hab den ganze Zeit versucht den Leck zu beheben aber damn du musst damit leben geht nicht anders Brudis so so hier komm mal mit alter leckt mich ey ja toll super leck scheiß game mein gott ich kann dagegen nix machen es geht nicht ich kann dagegen nix machen was soll denn der Leck man so scheiß game mein gott so was würd ich mir eigentlich nicht schauen alter ich würd fick dich du fotzen gesicht ey du fetzer geiler ich geb deine mutter eine fetten in die fresse du fotzen gesicht mein gott leck net hm hm was ist der fehler zwischen dir und mir natürlich dieser scheiß verdammte Leck was soll denn der Mist fraps bist du so behindert um aufzunehmen man mein gott so wir haben es geschafft mit Tom ja nur mit Leck super part geil kann ich nur feiern oh gott jetzt kann man mit der weiterspielen und genau jetzt leckt es nicht ne so das ist natürlich super das ist super so Tom haben wir nicht wirklich freigeschaltet warum auch immer jetzt müssen wir mit denen mit dir spielen und das machen wir im nächsten part naja ob es wieder ohne Lecks geht hoffen wir mal na hoffen wir mal dass es geht auf jeden fall haut rein ciao